Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen Montagnachmittag in die Runde. Ich hoffe, ihr seid alle gut in die neue Handelswoche gestartet, beziehungsweise in die neue Arbeitswoche. Momentan traden wir bei ungefähr 22.200 US-Dollar. Wir hatten starke Moves heute Morgen, nicht nur bei Bitcoin, auch bei den Altcoins. Es sieht relativ gut auf den ersten Blick aus, trotzdem müssen wir aufpassen, dass wir jetzt nicht hier in eine Bulltrip oder sonstiges fallen, nicht gleich wieder FOMO oder sonstiges versprühen. Wir müssen weiterhin vorsichtig sein, die 18.000 sind noch nicht, sag ich mal, weg vom Tisch oder weg vom Fenster, wie man so schön sagt. Auch nicht, dass wir jetzt sofort Richtung 27k ballern. Passt auf jeden Fall darauf auf, warum, wieso, weshalb besprechen wir im heutigen Video. Lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen und wenn ihr Bock habt, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt. So, ich würde sagen, wir starten jetzt, wie gesagt, gleich durch. 22.200 US-Dollar traden wir momentan. Wir hatten einen Peak, sag ich mal, bei ungefähr 22.500 US-Dollar. Ich habe hier persönlich auch einen Short eröffnet, der ist momentan, sag ich mal, break-even, 22.200 US-Dollar. In der Hoffnung, dass wir nochmal einen kleineren Dump kriegen. Dafür gehen wir mal ganz kurz in den 1-Stunden-Chart. Wir konsolidieren, sag ich jetzt mal, hier am Weekly R1 Pivot momentan. Hatten auch hier schon einen kleinen Bounce gesehen. Plus an unserer Widerstandslinie, die wir hier schon des Öfteren eingezeichnet haben. Und Volumen ist einigermaßen in den Markt gekommen. Also man sieht es hier drüben, einigermaßen hohes Volumen. Und trotzdem traue ich diesen ganzen Markt noch nicht wirklich. Hat den Hintergrund, wir haben hier unten weiterhin diese 18.500 US-Dollar, die wir schon des Öfteren angesprochen haben. Wir haben diese Volumen-Peaks mit diesen krassen Pumps, ob die wirklich nachhaltig sind, wage ich momentan zumindest noch zu bezweifeln. Stop-Loss, momentan bei mir 22.800 US-Dollar. Hat den Hintergrund über diesen letzten Hoch hier einfach noch ein bisschen Luft, sag ich mal, eingeplant. Bis sogar knapp 23.000 US-Dollar könnte es, sag ich mal, im Laufe des Tages vielleicht noch hochgehen. Um aber zu wissen, warum ich genau hier den Short eröffnet habe, schauen wir mal ganz kurz in den 15-Minuten-Chart. Und zwar volumenmäßig sehen wir hier diesen Peak bis ungefähr, ich sag jetzt mal, 22.300 US-Dollar. Danach hatten wir nochmal ein höheres Hoch mit deutlich, deutlich weniger Volumen. Da habe ich aber leider den Entry verpasst, deswegen bin ich ein bisschen später erst bei 22.200 US-Dollar rein und hoffe jetzt eben auf eine Korrektur. Vieles spricht momentan dafür, weil einfach der RSI komplett überhitzt ist momentan. Auf den 1-Stunden, auf den 4-Stunden, sogar auf den Daily nähern wir uns langsam, sag ich mal, den Optimum. Ansonsten, 4-Stunden-Chart schauen wir uns auch gerade mal kurz an. Sehen wir auch ganz gut. Gut, aufsteigender Trendkanal im Endeffekt, wir haben ein Ascending Triangle, ist jetzt nicht das Wunderschönste, sag ich jetzt mal. Also man sieht es hier ganz schön, immer hier dieses Hin- und Hergebaut, so mit höheren Tiefs, was wichtig ist. Und immer dieser Widerstandslinie, die wir hier in diesem Bereich haben. Also momentan noch kein signifikantes Breakout. Dafür bin ich immer noch der Meinung, müssen wir die 23.200 US-Dollar auf jeden Fall nachhaltig durchbrechen. Und dann kann es, wie gesagt, relativ flott hier in den Bereich der 27.000 US-Dollar gehen. Ist weiterhin nicht ausgeschlossen, dass wir diesen Bereich hier auf jeden Fall noch sehen könnten. Ansonsten, wie gesagt, für mich persönlich jetzt momentan eher ein bisschen short gerichtet. Erster Take-Profit wäre schon relativ zeitnah bei 21.700. Der zweite dann bei 21.200. Und dann der letzte, sag ich mal, bei 18.500 US-Dollar. Also die 18.500 US-Dollar sind noch nicht aus dem Verkehr gezogen, sag ich jetzt mal einfach so. Die sind weiterhin bei mir im Potenzial, sag ich mal, noch drin gegeben. Deswegen möchte ich einfach nicht abschreiben, einfach weil das Risiko viel zu hoch ist, dass wir uns diese Liquidität hier unten noch holen. Ansonsten wäre es natürlich auch besser, wenn wir uns erst hier unten die Liquidität holen und dann wirklich einen signifikanten Bounce in Richtung 27.000, 28.000 US-Dollar holen. Aber ganz ehrlich, ich sehe die ganzen YouTube-Videos schon wieder. Wir gehen Richtung Moon, wir gehen Richtung 28k heute. Die und die Leute werden dieses Signal nicht sehen, bla bla bla. Ihr wisst, was ich meine einfach. Einfach schauen wir mal, ob ich vielleicht auch so eine Headline heute einfach mal raushau. Einfach um ein bisschen FOMO zu vertreiben und sonstiges. Nee, Spaß. Ja, wie gesagt, mehr gibt es zu Bitcoin eigentlich nicht zu sagen. Ich bin einfach weiterhin eher noch ein bisschen Downside gerichtet. Wir hatten noch kein signifikantes Breakout. Es hat sich nichts an dem ganzen Wischiwaschi im Endeffekt geändert. So, dann zu den Altcoins. Ethereum ordentlich, muss man wirklich sagen, ordentlich nach oben geballert die letzten Tage. Also wir sehen es hier, sag ich jetzt mal, seit dem Wochenende. Fangen wir mal hier unten an. Bei 1000 haben wir einen 41% Pump gesehen. Wir haben es leider nicht mehr darunter geschafft. Trotzdem, dieses Szenario behalte ich weiterhin drin. Ganz ehrlich, ich sehe noch, dass wir irgendwann in diese Zone hier runterkommen. Deswegen bleibt es erstmal drin. Ansonsten, schönes Breakout aus dieser im Endeffekt schönen Seitwärtsphase. Was jetzt klar war, wir haben diese Zone eingezeichnet vor, ich glaube, ein paar Tagen hier. Das wäre so der erste richtige Widerstand, den Ethereum dann erst einmal hat. Und genau da haben wir im Endeffekt genau auf den Dollar getroffen. Hier liegt auch der Weekly R1. Ansonsten haben wir das Void hier drüben einfach geschlossen. Void ist gefüllt. Jetzt könnten wir auch hier die erste Korrektur sehen. Auch mal in diesem Bereich hier wieder runter. Normalerweise das beste Szenario wäre einfach die 1200 US-Dollar. Hier liegt eine kleine Demandzone. Hier ein bisschen rumkonsolidieren. Dann ein neuer Anlauf in das nächste Void hier oben. Wo wir dann auch das ehemalige Tief, sag ich mal, hatten von unserem Crash hier drüben. Das wäre jetzt momentan der optimale Fahrplan, um nicht, sag ich mal, zu große Crashs wieder zu bekommen. Weil im Endeffekt Ethereum nach einem 40% Crash noch mehr zu pumpen. Also in Anführungszeichen noch mehr heißt dann, nochmal 10% zu pumpen wäre nicht gesund. Und dann würden wir hier wahrscheinlich ein 30% Crash oder sonstiges sehen. RSI absolut überhitzt. Also lasst die Finger jetzt noch von irgendwelchen Long-Positionen. An eurer Stelle würde ich auch jetzt hier nicht blind reinshorten. Wir gucken mal ganz kurz in den 15-Minuten-Chart. Schauen uns mal kurz die Volumen-Cluster hier an. Wir sehen jetzt auch hier keine signifikanten Volumen mehr. Also hier auch momentan würde ich hier auch nicht blind reinshorten. Also es ist momentan kein Ding, wo ich sagen würde, okay, hier sind schöne Short-Möglichkeiten aufgrund des Volumens oder sowas. Sehe ich hier momentan nicht. Wenn, dann hätte man einfach blind den R1 shorten können oder diese grüne Box mit einem Stop-Loss da drüber. Aber vielleicht ergibt sich nochmal eine Chance, sollten wir hier oben nochmal reinkommen, nochmal einen kleinen Short zu öffnen mit einem Stop-Loss. 1.550 US-Dollar. Aber das Risiko wäre einfach zu hoch. Deswegen Finger lieber weg davon. BTC Short reicht momentan. Gut, dann XRP schauen wir uns auch nochmal an, weil da gab es im Endeffekt auch News, dass die SEC-Entscheidung jetzt langsam sich den Ende naht. Irgendjemand ist auch wieder zurückgetreten, da habe ich gesehen, da könnt ihr gerne mal bei den Bros von XRP Deutschland vorbeigucken. Wer den Kanal kennt, beziehungsweise mit den Jungs habe ich auch schon mal ein Video gemacht, da habt ihr auf jeden Fall mehr Infos zu XRP. Chart-Technisch auch hier. Erstes Void fast gefüllt hier nochmal in diesem Bereich. Wir haben den R1 getroffen und dann nochmal diese grüne Box. RSI deutlich überhitzt mit einer Bearish Divergence, mit einer minimalen Bearish Divergence. Auch hier, kurzer Blick in den 15-Minuten-Chart, ob wir hier irgendwelche Peaks sehen. Da sehen wir zumindest nochmal einen ordentlichen Abverkaufsdruck, den wir hier rein haben. Aber von den Hochs her würde ich jetzt auch hier nicht mehr blind reinschorten. Gefällt mir alles überhaupt nicht. Deswegen momentan, egal wo, nicht blind reinschorten, auch nicht mehr blind reinloggen oder jetzt im FOMO verfallen, dass wir jetzt den nächsten Step 27k gehen. Das Risiko ist einfach viel zu hoch, dass hier auf jeden Fall gerackt werden oder sonst irgendwas. So, dann Blick auf Solana. Können wir uns auch nochmal ganz kurz angucken. Wenn ihr übrigens irgendwelche Altcoin-Wünsche habt für diese Woche, schreibt sie gerne unten in die Kommentare rein. Dann arbeiten wir das die ganze Woche dann, sag ich mal, auf und schauen dann vielleicht nochmal im Livestream dann nochmal viel, viel genauer am Donnerstag drüber. Solana auf jeden Fall sehen wir auch hier. Ganz klar, wir sind jetzt hier in einer signifikanten Widerstandszone plus den Weekly R1, wo wir jetzt erst einmal rejected worden sind. Auch hier im Endeffekt diese aufsteigenden Kanäle mit dem Ascending Triangle. Und das sehen wir bei sehr, sehr vielen Altcoins. Momentan sieht man hier ganz gut, wie wir hier konsolidieren. Immer höhere Tiefs einerseits bilden. Nächster Step wäre jetzt nochmal eine Korrektur und dann vielleicht dieses Breakout, auf das wir alle warten. Es kann sich aber, wie gesagt, noch bis in den August oder sogar September ziehen, bis wir hier wirklich ein signifikantes Breakout dann sehen. Aber es ist ein Muster, was sich vor allem bei den Altcoins momentan erkennen lässt. Deswegen warte ich hier momentan noch ab, jetzt irgendwie FOMO jetzt in irgendwelche Trades reinzurennen. Vor allem bei so einem RSI mag ich nicht. Dann warte ich eher lieber hier unten auf die Chance. Und ich bin ganz ehrlich, darüber haben wir, glaube ich, im Stream gesprochen letzte Woche, dass die Möglichkeit nochmal besteht. Und ich habe es verpasst. Deswegen hoffe ich einfach nochmal, dass wir einfach nochmal diese Möglichkeit kriegen bei den vielen, vielen Altcoins, um hier nochmal zu traden. So, soviel zu den Altcoins, würde ich sagen. Wenn ihr noch irgendwelche Wünsche habt, wie gesagt, schreibt sie unten in die Kommentare. Schauen wir uns auch ganz kurz die News an. Wegen ICO-Werbung SEC verurteilt Mitarbeiter von John McAfee zu 375 KUS-Dollar Strafe. Ja, okay. Schöner Artikel. Lest ihn euch gerne durch. Ich werde ihn euch später noch in die Telegram-Gruppe posten. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns morgen früh zu einem aktuellen Update-Video hin. Nochmal die Warnung. Verfaltet jetzt bitte nicht den FOMO. Geht jetzt hier nicht mit 10er Hebel long. Wenn, dann macht kleine Positionen auf mit 3er Hebel oder so. Auch mit Shorts oder sowas. Seid da echt verdammt vorsichtig. In solche Pumps shortet man erstens nicht rein. Man sucht sich neue Einstiege. Die sehe ich momentan ehrlich gesagt nicht. Auch auf den kleineren Timeframes nicht. Und man longt vor allem nicht solche signifikanten Pumps nach oben nochmal nachträglich. Weil das sind dann die ersten, die im Endeffekt dann wrecked werden. Und das wollen wir alle nicht. Ansonsten lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da. Abonniert den Kanal. Und wenn ihr Bock habt, kommt gerne in die Telegram-Gruppe. Link ist unten in der Videobeschreibung. Wir hören uns morgen früh wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Stay Crypto.